Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind Brandenburg und genießen gerade die Friedenszeiten. Irgendwie ist das zu Polen, haben wir keine aufständigen Bauern, wir haben zwar einen Bauernaufstand momentan, aber wir kommen damit ganz gut zurecht. Es gab zwar Probleme mit Ostpreußen, weil wir keinen Durchgang hatten, aber hat sich dann doch geklärt und den Durchgang haben wir jetzt auch. Erlangt Kommandant. Oh. Neuer Kommandant, damit nach einer schwitz disziplinierenden Armee. Eine davon zeigt besondere Befügung. Erlangt Kommandant, sehr gut. Jetzt hätte ich ihn gerne auch. Wo ist er? Wo ist er? Ist auch nicht. Ich dachte eher wäre es. Gefällt er mir hier besser als... Ja, er ist schon besser. Er ist schon besser für... Ja, aber na, Fernkampf nicht so. Doch. Ich würde schon sagen, wir nehmen ihn. Ja, Manöver. Wir sind dann zwar nicht so schnell unterwegs, aber das ist egal. Er hier hat nämlich mehr Punkte im Nahkampf und deshalb ist er für unsere Nahkampfarmee die bessere Wahl, würde ich behaupten wollen. Ja. Wir können uns drei militärische Anführer leisten. Wir können uns drei Generäle leisten. Warum? Weil wir Anführer der Kurier sind. Seit... Seit der letzten Folge. Die Briten haben den Vorsitz verloren. Und wir haben ihn übernommen, weil wir so gut einfach vorgesorgt haben und uns auch um den Papst gutstellen. Und wer hat dem Wirt gegeben? Das bedeutet nämlich, wir bekommen hier jährlicher Papsteinfluss plus zwei. Ja, das ist im Monat plus 1,8, plus 1,7 circa, die wir jetzt mehr haben und in unseren nächsten zukünftigen Kardinal investieren können. Da haben wir den Poll. Der ist ganz jung und, oh, es ist auch tatsächlich schon passiert, dass der nächste gestorben ist. Das heißt, wir haben nur noch einen Kardinal hier. Jetzt müssen wir hoffen, dass eben Poll dann der nächste Kardinal wird. Stubenrauch ist neuer Kardinal. Ja, er ist loyal gegenüber Portugal. Da aber niemand jetzt die Mehrheit hat, da jeder nur ein Kardinal in der Kurie hat, bleibt es dabei, dass wir die alten... Sag mal, was ist denn da los? Die sterben ja, wie die fliegen. Genau, jetzt ist Großbritannien nämlich wieder Kontrolleur der Kurie. Mann, 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 das war mal eine kurze, sehr kurze Episode. Wenn sie das nicht schafft, durch Glück Buckingham. Und ich sage noch, ob Buckingham wäre auch cool. Mit Polen haben wir die Beziehung verbessert. Auf ein Maximum Salzburg hat Böhm den Krieg. Salzburg hat Böhm den Krieg erklärt. Da bin ich mal gespannt, ob es einen Ruf zu den Waffen geben wird. Ob Böhm da über seinen eigenen Schatten springt. Oh, der nicht nationalen Entscheidung verfügbar. Genau. Der Uniformitätsakt. Missionarsstärke. Da spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Ich meine, wir haben ja keinen Malus dadurch. Können wir schon machen. Bringen uns zwar nichts. Machen wir aber, weil es auch nichts, weißt du, nichts Negatives hat. Wann bekomme ich euch mit, dass die Bauernaufstände vorbei sind? Ich glaube, dass sie nämlich immer noch sind, nicht wahr? Genau, brandenburgisch Bauern. Kulm, Brandenburg, Rubin, Altmark, Potsdam, Neumark, Anhalt. 47 Prozent. Monatliche Wahrscheinlichkeit. Das ist einer von denen erhebt. Maßnahmen. Repressionen. Nö, nö, nö. Nö. Brauchen wir nicht. Mecklenburgische Nationalisten. Unabhängigkeit für Mecklenburg und Vorpommern. Nein, das wird auch nicht passieren. Da könnt ihr lange protestieren. So, ich bin zufrieden, so wie es gerade ist. Wir warten mal. Oh, wir können den nächsten Kredit zurückzahlen. Das nächste Darlehen tilgen. Das freut mich. Yep. Schweden hat Dänemark den Krieg erklärt. Schweden hat Dänemark den Krieg erklärt. Militärzugang aus Lüneburg. Ne, die waren im Krieg gegen uns. Sollen sie mal gucken, wo es jetzt hinkommt. Ohne Militärzugang. Hahaha. Militärzugang aus Polen. Ja, ich möchte ihnen zeigen, dass sie hier willkommen sind. Pol, Pol, Pol. Wir haben nicht die möglichen. Insgesamt zum Spanien gegenüber nun ein Kardiniel und zwei zukünftige Loyal. Oh, Spanien. Holla, die Waldfee. Ja, haben einen im Spiel und zwei auf das. Ersatzbank. Hi, 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 hi. Der Wassernheim. Bekommen noch vom Elsatzstimmen. Fast. Ah, da müssen wir uns überlegen, um mehr weiter im Polen investieren. Aber schon, er ist immer noch der Jüngste. Er ist immer noch der Jüngste. Vielleicht die Sachen, dass er eh nicht gewählt wird. Hm. Hätten wir auch mitdenken können. Wir schreiben das Jahr 1533. Und es ist in Brandenburg. Auch wenn augenscheinlich nichts passiert, passiert gerade ganz viel. Nämlich, ja, die Rekrutenreserve geht nach oben. Burgund hat uns beleidigt. Hm. Ach, sonst ruhig. Wir können Provinzerwässer umbauen, was wir nicht tun, weil wir das Geld sparen. Um die nächsten. Wir haben dann nur noch ein Darlehen. Nicht wahr? Ja. Ja. Wenn wir dieses Darlehen getilgt haben, dann können wir auch mal wieder gucken, wo wir investieren. Wobei Burgund, da ist schon eine Häme. Ja. Schauen wir mal an. Burgund hat nämlich auch ganz viele Provinzen, die eigentlich zum Kaiserreich gehören. Fransch kommt her. Okay. Da könnte ich mir aber sowas mit viel Kaiserwürde zulegen, wenn wir den Krieg gegen Burgund gewinnen. So, mit wem sind sie denn verbündet? Mit der Bretagne hier. Die sind klein, aber oho. Das weiß ich noch aus dem Frankreich-Let's-Play. Okay. Äh, mit Hessen. Ja, Hessen wird auch Pfalz und Savoyer. Werden alle auf unserer Seite kämpfen? Okay, Savoyer vielleicht nicht. Aber wenn wir die Hessen und Pfalz rufen, dann werden die nicht Nein sagen. Gerade wenn wir den Krieg erklären, weil... Ja. Reichsbahn. Diplomatische Beleigerung. Ähm. Was? Überlegenheit demonstrieren. Okay, wenn wir uns jetzt auf die Beleidigung berufen. 100% expansive, aggressive Expansion. 200% Prestige. Und 75% Kosten für Anspruchsaufgabe. Geldreparationen. Und Eingestehung der Niederlage. Weil das grün markiert ist, gehe ich mal davon aus, ja. Dass Burgund, dass das uns zugutekommt und Burgund darunter leidet. Wenn wir 80% der Kämpfe gewinnen, erhalten wir einen regelmäßigen Interpretation. Weil und Bonuspunkte auf den Kriegsstand. Sie sind alliiert mit Tannene. Wir können aber eben auch den Reichsbahn wählen. Ja. Und dann nach und nach... Wo ist der Fransch-Comtee? Genau hier. Da ist dasselbe 75% Kosten für alle heilige römische Holy Roman Empire Provinzen. Machen wir später. Denn wir haben hier wieder 13 bäuerliche Aufständige. In Ruppin. Und solange unser Bauernkrieg nicht vorbei ist, sind wir einfach hier gebunden. Und können da so gut wie nichts machen. Oh, Dänemark und der Hansbund kämpfen. Und der Hansbund scheint zu gewinnen. Holstein gehört zu Dänemark. Wobei, gegen Dänemark können wir das auch machen, ne. Schau mal, jetzt wo sie schwach sind, da können wir uns vielleicht ein bisschen... Aber sie sind... Oh. Aber wir sind gar nicht verbündet. Ich dachte, wir sind verbündet. Was haben wir denn mit denen? Staatsehe. Krieg erklären. Eroberung von Holstein. Na ja, die Staatsehe wird dann dahin sein. Wir würden einen Stabilitätspunkt einbüßen. Sie sind alliiert mit Norwegen. Aber das kann es egal sein. Norwegen ist schwach. Wir dagegen, ja. Hätten Litauen und Münster an unserer Seite. Frankfurt und Trier nicht. Eroberung von Holstein. Das könnte ich mir zutrauen. Wir schauen mal in der Statistik, wie Dänemark da dasteht. Äh, Militär. Armeen. Landnahme. Dänemark. Genau. Gesamt. 8.700. Bei einer Rekrut-Reserve von 20.000. Aber, ja. Das haben wir gerade verloren. Das ist ja eh gerade am Boden. Da holen wir uns... Verbündet mit Norwegen. Momentan Kriegen. Schweden, Hanselbrunn und Großbritannien. Ja, da holen wir uns unser Land zurück. Ja, das bedeutet zwar ein Stabilitätseinbruch, aber auch, dass wir die diplomatischen Beziehungen wieder ausgleichen. Und, ja. Minus 1 Stabilität ist zwar jetzt nicht gerade das Beste, was passieren kann, aber ich hätte dann doch gern ein bisschen, ein bisschen Reisautorität zurück. Außerdem hätte ich gerne mal wieder, ähm, ja, einen Krieg deswegen geführt, weil ich Kaiser bin. Aber, bevor wir das machen, möchte ich dann doch lieber Spiel speichern. Ähm, speichern. Ja. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass der Krieg auch relativ schnell geht, ja. Ja, wir verlangen Holstein. Ein gutes. Na, da gehen wir schon mal hier hin. Und dann werden wir die Dänen überraschen. Sie, die Dänen können uns auch gar nicht hier auf See irgendwie was anhaben, weil wir gar keine Marine haben. Krieg, Eroberung von Holstein. Alliierte automatisch einladen. Ja. Wir werden dann Litauen und Münster selbst fragen. Und Krieg erklären. Ja, Stabilitätseinbruch wegen der Staatsehe. Dann fragen wir mal Litauen, ob sie da Lust drauf haben, sich uns anzuschließen. Aber da gehe ich schon von aus. Ruf zu den Waffen. Jawohl, ja. Und Münster, wo seid ihr? Genau, Ruf zu den Waffen. Ihr habt ja fast schon eine gemeinsame Grenze. Hoppla, haben wir das jetzt gemacht? Senden. Mehrfach, oder was? Kommen sie jetzt, oder nicht? Sind sie jetzt dabei, oder nicht? Ihr müsstet eigentlich, genau, mit Münster im Krieg sein und Mitteltauen. Und Schweden und Großbritannien. Tja, da habt ihr mit den falschen Jungs hier Stress angefangen. Wir belagern einfach Holstein. Das ist ja das Kriegsziel. Und müssen auch relativ schnell durch sein, wenn mich nicht alles täuscht. Adelige Rebellen. Nö, nö, die sollen ruhig hier Schleswig belagern. Schleswig gehört nicht zum Heiligen Römischen Reich. Da, schau her. Da, schau her. Schließen. Warte, wo ist die Kaiserkarte? Hier ist die Kaiserkarte. Genau. Schleswig ist wohl historisch bei Dänemark verankert. Der Kaiser ist tot. Wir halten sie in reichste Autorität, weil der Thronanwärter zum Kaiser gewählt worden ist. Sehr gut. Das läuft uns gerade rein. Gott ist mit Fried. Oh, aber minus zwei Prozent. Na, Stabilität. Na gut, na gut, na gut. Dann haben wir halt mit Stabilität gezahlt. Zehn Thronanwärter erheben sich. Der Stabilitätseinbruch. 3, 1, 2 ist Friedrich der Dritte. Kann, ja, ist unterdurchschnittlich, aber wir haben schon schlechter gehabt. Er wird zum Thronfolger gewählt und, ja, in Anhalt. Da sind sie in Thronfolger, Thronanwärter, Rebellen, die aber gar keine Chance gegen uns haben werden. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier das tatsächlich so lassen, wie das jetzt ist? Wir werden euch halbieren. So sieht's aus. Dann nehmen wir... Ne, das machen wir anders. Das machen wir anders. Okay. Ähm, Armee auswählen. Genau. Jetzt, pass auf. Alle Reiter hier rüber. Ja. Dann. Die guten... Res... Restrukturierte Gerlochlech-Infanterie. Kommt auch hier rüber. Da haben wir schon... Acht. Ah! Du nicht. Genau. Und die Söldner. Die Landsknecht-Infanterie. Die belagern. Ja. Die belagern. Das geht klar. So, wählt diese Einheit aus. Ihr bekommt den Anführer, würde ich sagen. Wir können es nicht zuweisen, solange sie auf fremde Territorien sind. Das ist okay. Damit kann ich leben. Jetzt können wir aber einen wählen. Und zwar... Heinrich von Dessau. Ist noch übrig. Genau. Da habt ihr einen. Oh, jetzt haben wir aber drei Anführer. Dürfen wir es überhaupt noch? Geht es überhaupt noch? Ja, ja. Wir haben einen zu viel, ne? Das heißt, wir müssen einen... ...und so einen trennen. Hm. Nur welchen? Wir warten, bis hier unten die Schlacht geschlagen ist. Oh, wenn wir uns da mal nicht vertun, ne? Ich hoffe mal, das geht klar. Aber hier. 12.000, 10.000. Wir haben einen Anführer. Da kann nichts schief gehen. Ach. Was soll da schief gehen? Wir bekommen nicht mal Malus wegen Überquerung. Und dann gewinnen wir das auch. Dann gewinnen wir das auch. So. Die Minsteraner kommen auch zu Hilfe. Bisschen spät, aber okay. Ach. Sie verziehen sich. Sofort hinterher. Die dürfen... Wir müssen sie vernichten, schlagen. Und das tun wir auch. So. Zurück nach Holztreuen. Dann fügen wir diese Truppen wieder alle zusammen. Ähm. Demnächst werde ich dann auch mal die Söldner hier entlassen. Wenn wir es uns denn leisten können, hier... Ne? Regimentate zusammen. Ne, warte. Zusammen. Ich habe schon zusammengelegt, oder nicht? Doch. Ja. Ne, ne. Das soll schon so bleiben. Ich weiß, das kostet mehr Geld. Aber wir erholen uns, dass das passt schon. Ähm. Die Belagerung läuft. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Machst du hier weg. Genau. 25.000. Ihr wollt hier hoch? Okay. Ich sehe euch zwar nicht gewinnen. Ich sehe euch ja verlieren. Aber diese Lektion werde ich euch lassen. Ein verlorenes Schaf gehört zurück. Ulm ist zum wahren Glauben konvertiert. Fünf Reichsautorität. Uiuiui. Jetzt werden wir aber Reichsautorität sammeln. Ohne Ende. Ohne Ende. Ja. Mit Trier müssen wir uns mal wieder hier gut stellen. Ähm. Machen wir sofort. Beziehungen verbessern. Wir haben nämlich einen Diplomaten über. Schließen. Ah ja genau. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ähm. Ihr seid eine Armee. Paul. Das heißt, dass Heinrich nach Haus gehen kann. Entlassen. Das tut mir leid. Heinrich. Aber ich möchte hier unseren Spezialisten, den Dieterich, schon gern behalten. Ich weiß nicht. Ich war mir so einen nochmal bekommen. Das ist jetzt natürlich blöd. Ah. Wobei. Mir fällt gerade ein. Der stirbt ja auch irgendwann. Ich meine. Der ist ja nicht. Der kann ich schon endlich lang leben. Ähm. Was bedeutet, dass. Mir ist wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werden, dass er die Spezialarmee anführt. Weil das noch sehr, sehr, sehr viele Jahre dauert, bis diese Spezialarmee überhaupt erst dann gebaut werden kann. Ein Darlehen wird bald fällig. Oh. Das passt. Das passt sogar. In zwei Jahren. Bis dahin haben wir das abbezahlt. Und dann sind wir schuldenfrei. Und können wieder investieren. In Rüstkammern. Hoffe ich doch mal. Für den katholischen Glauben. Lüneburgs Meinung über Brandenburg hat es nur plus 30 geändert. Beziehung verbessert. Wir sind mit uns aber nach Banner auf einem gemeinsamen Länder gekommen, da wir demselben Glauben haben. Unsere Beziehungen haben sich verbessert. Und das kann für unsere Zukunft noch Gutes verheißen. Hm. Lüneburg. Ist mir eigentlich egal. Belagung von Holstein. Ist durch. Ja, jetzt müssen wir schon hier hoch. Jetzt helfen mir den Dänen. Hier oben in Jylland. Oder Jylland. Ich glaube Jylland, ne? Oder doch Jy. Stationiert sind. Und dann schlagen wir die Schlachter schlachten. Und müssten dann eigentlich in der Lage sein, von ihnen zu verlangen, was auch immer wir wollen. Gut, wir haben die Hauptstadt noch nicht belagert. Aber das wird ja noch passieren. Patte-Problem. Wenn sie das hier verloren haben, dann hoffe ich doch mal, dass sie auch eins sehen, dass sie da keine Chance haben. Kommen wir hier rüber. Ja, sehr gut. Sehr gut. Gleich nach Jylland. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie viel, viel weiter fliegen. Äh, fliehen. Fliegen, fliehen. Revolte in Presslau. Oh, die Polen. Ich hoffe mal, dass das die Polen schaffen. Sieht aber nicht so aus. Ah. Komm schon, das schafft ihr. Das schafft ihr. Das sieht gut aus. Da wendet sich das Blatt nochmal. Nimm doch hier die Leute mit rüber. Und sie haben verloren. Na. In Hamburg haben sich auch Leute herum 17.000. Heiligsbläschle. Ja, wir werden uns erst noch um seinen Kriegsgegner kümmern. Och. Jetzt aber. Okay. Dann ab nach Hamburg. Wir sind zwar zahlenmäßig unterliegen, aber ich glaube, das bekommen wir trotzdem hin. Schau mal. Dänemark. Hier, pass auf. Dänemark. Pass mal auf. Wir können das schnell auf die schnelle Tour machen. Ja. Ja. Holzlein wird ein Teil von uns werden. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja möglich wäre. Und wäre gar nicht so viel. Würde gar nicht so viel kosten, ne. Selbst dafür ist es nicht zu haben. Nee, also dann lassen sie ja gar nicht mit sich reden. Solche Schweden abgeben ist mir egal. Holzlein die Unabhängigkeit entlassen. Das wäre doch nicht schlecht. Dann würden wir uns dann keinen expansiven Malus haben. Wir würden uns als gütiger Herrscher darstellen. Aber wir müssen halt eh noch erst mal abwarten. Bis wir sie davon überzeugt haben, dass wir dann doch die bessere Kriegspartei sind. Kriegspartei? Ei, ei, ei. Presslau. Nose. Warum muss das zweimal in Presslau passieren? Jetzt sind sie zusammen. Jetzt haben wir ein Problem. Spanien ist Kontrolleur der Kurie. Naja, das passiert schon mal. So schlimm ist das jetzt. Sag mal hier. Münster. Komm mal mit. Nee, ne. What the fuck? Ich mag es gar nicht sehen. 50. Boah. Ich habe ein Film gerechnet, aber doch nicht damit. Doch nicht damit. Uiuiui. Ja, nun? Das ist über die Schikade, ja. Besetzt euch Brandenburg. Uiuiui. Wie soll man denn gegen 50.000 Nationalisten kämpfen? Das ist doch rein biologisch gar nicht möglich. Wir warten einfach. Nachschublimit. Wo ist denn da das Versorgungslimit? Bei der Hälfte. Wir lassen sie einfach verhungern. Nee, wir müssen warten, bis sie Presslau besetzt haben. Geht es nicht anders. Und schauen, dass sie sich auflösen. Wir können nicht gegen 50.000 Leute kämpfen. Vor allem nicht gegen Nationalisten. Bauern wäre vielleicht noch möglich, aber nicht gegen Nationalisten. Ha. Was machen wir eigentlich hier? Adlige Rebellen. Wir müssen die schon befreien, ne? Das zählt ja nicht für unsere Kriegspunkte. Klar werden sie dann dadurch stärker. Aber wir selbst können sie ja dann wieder zurückbesetzen. Machen wir auch. Benediktus, der 13. ist neuer Papst. Ein Kirchenstaatler. Natürlich. Ich glaube, man wird ja automatisch dann Staatsangehöriger des Vatikans, wenn man Papst ist. Weil geht er nicht anders. Kann man sich vorstellen, dass das irgendwie anders möglich ist. So. Ja, und das sind es noch 39.000. Ja. Wir werden trotzdem warten. Brandenburg. Uuuh. Und Potsdam. Da müssen wir zurück. Da lassen wir das hier oben sein, ja? Und wir müssen hier auf jeden Fall kämpfen, bevor es die beiden sich zusammentun. Das hat aber sowas von einer Brisanz. Da können wir nicht warten. 27.000. Das sind keine Einheiten, das sind Schiffe. Das kann uns egal sein, demnach. Die Hansen kümmern sich um die Belagerung, das ist sehr gut. Und das sind zum Glück nur Bauern. Das heißt, wir können einmal hier die leichte Schlacht in Potsdam. Minus 1.000, minus 1.000, minus 1.000, sehr gut. Und einmal die leichte Schlacht in Brandenburg schlagen. Hoffe ich doch. Ja, unsere Moral ist immer noch weit, weit oben. Oh, und hier unten. Eins von dem anderen. Hier geht nämlich einiges. Hier unten können wir tatsächlich die Nationalisten doch zerstören, da Litauen auf unserer Seite ist. Aber Großbritannien, ich muss hier mal kurz woanders hingehen, damit die Thronkulisse eine andere wird. Sie erzählen uns über das Ereignis, das Konzil von Derby. Seine Heiligkeit, der Papst, hat die Kommission von Kardinälen damit beauftragt, die Herausforderungen durch den Protestantismus zu beantworten. Während der katholische Glaube an sich nicht kompromittiert werden darf, erkennen seine Heiligkeit und die meisten Kardinäle an, dass einige der protestantischen Beschwerden korrekt sind. Darum schlägt das Konzil viele Änderungen in der Administration der Kirche vor, einen Stopp für abwesende Bischöfe und die weltliche Entgleisung des Klerus. Zusätzlich werden mehrere Klosterorden gegründet, um den Anstrengungen der Gegenreformation zu helfen. Die neue Entscheidung, die Gegenreformation. Da, schau her. Ähm, haben wir kein Interesse dran. Wir haben ein Interesse dran, demnächst dann doch mal irgendwie protestantisch zu werden. Preußens wegen. Warum geht ihr nicht hier runter? Warum geht ihr nicht hier runter? Ihr seid aber sowas und blöd. Wenn ihr das verliert, seid ihr selber schuld. Ja, mehr kommen jetzt nicht mehr rechtzeitig rüber, oder was? Komm schon, rechtzeitig rüber, rechtzeitig rüber. Yeah. No, wieso ist unsere Moral so niedrigt? Wir bringen doch hier ganz viele frische neue, tolle Moralen mit. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Wir können das gewinnen, wir können das gewinnen, wenn wir nur wollen. Oh, das sind aber auch widerspenstig. Schlag von Breslau gewonnen. Hauen sie noch ab? Ne. Oh, haben wir ein Glück, dass wir so gute Nachbarn haben, die sich auch um uns kümmern und um uns besorgt sind. Das hat nicht jeder. Ja, besetzt euch Österreich. Böhmen. Hei, hei, hei. Kinders, ihr habt Probleme. Lothringen. Ist im Wagen. Glauben konvertiert mehr an. Ach, Heißautorität. Und schwimmen bald in Reichsautorität. Wie sieht das überhaupt aus mit Dänemark? Dänemark hat da immer noch kein Interesse dran, an Frieden zu schließen. Machen wir mal das Tabula Rasa. Ja. Forderungen erheben. Da, Dänemark tritt Holstein an Brandenburg ab. Dänemark wird alle Verträge mit Norwegen aufkündigen. Dänemark zahlt 18 Dukaden mit dem Kriegsrund Reichsbahn erhält Brandenburg 7 Präzis und 15 Rufschaden. Wieso bekommen wir 15 Rufschaden? Wegen der Expansion oder was? Wird 0 diplomatische Machtkosten bedeutet? 0,04 Inflation. 18 Dukaden ist halt schon eine Beleidigung. Gede mehr. 27, mach's aber nicht. Ja. Holstein an Brandenburg. Ich kann mir Holstein schon gut vorstellen. Habe ich am Anfang gar nicht dran gedacht, ja. Habe ich gedacht, wir machen sie unabhängig. Aber, ja, ist ja nur konsequent. Ja, wenn wir Laumburg bald noch annektieren, dann haben wir hier eine schöne Ecke. Ja, dann ist da alles mehr Einfluss auf Flübeck. Wir haben eine Grenze zu Dänemark. Das passt, das passt. Das kann ich mir vorstellen. Das wird sich, wird sich anbieten. Wir haben zwar minus zwei Stabilitäten und andere Sorgen. Aber, wir senden die Forderungen, der Krieg soll vorbei sein. Habe ich eben beschlossen. Er soll vorbei sein. Das nehmen wir noch mit. Holstein wurde aus den Klauen von Dänemark gerettet und im Reich wieder angeschlossen. Unser Dienst am Reich wurde zur Kenntnis genommen. Brandenburg erhält einen Anspruch auf Holstein. Wie geplant? War gar nicht geplant. Ach, ich dachte, Reichsautorität. Ach, das hätten wir bekommen, wenn wir sie in die Unabhängigkeit entlassen hätten. Das schon her. Dänemark nahm unser Angebot natürlich an. Und dann machen wir Holstein gleich zur Kenpro. Oh, ho, 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 179 Machtadministrative. Ja, ne, ne, ne. Die brauchen wir, wir müssen, wir müssen die Stabilität steigern. 150. Minus zwei ist einfach zu viel. Wir haben welche Probleme mit Aufständigen, da können wir uns das nicht erlauben. Nur noch 9000 Einheiten. Oh. Oh. So, die letzte Aktion in dieser Folge ist das Darlehen zu tilgen. Jetzt sind wir schuldenfrei und können eine neue Zukunft beginnen. Wir können eine Idee investieren. Wie sieht das aus mit der Technologie? Ein Kai. Kai, Handelskompanie. Dies ist nur in Provinzen möglich, die Elfenbein, Tee, Orientwaren, Sklaven, Gewürze oder Pelze produzieren. Brauchen wir nicht. Schiffsausstattung und Manufaktur brauchen wir auch nicht. Nee, mach die Ideen klar. Warte, ihr meint Militärideen, ne? Ja, die besten Pferde. Nein, dann machen wir auch Lundenschlossmuskete, Kavalleriefernkampf, Frontbreite, Lundenschlossmuskete, Waffenmanufaktur, Baracke. Das sind alles so tolle Dinger. Da werden wir hier noch warten. Was ist eigentlich hier der Abschlussbonusdisziplin bis 15%? Ja, Wirtschaftsideen dauert viel zu lang. Teilung der Stände auch. Ja, nee, 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 nee. Wir werden jetzt nicht aber die T noch auf Plus Null bringen. Plus Minus Null bringen. Und dann die Sense einführen und dann mal weitergucken. Ihr könnt Provinzen zu unserem Glauben bekehren, was? Nein, es ist das Spiel abgestürzt. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt stürzt das Spiel ab. Naja gut, was soll ich machen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Wenn wir wohl am 1. Januar 1535 wieder anfangen, Ihnen da hoffen, dass wir den Dänischen Krieg und hier auch die Schlacht gewinnen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.